Weiter geht's mit dem Besten aus dem Katalog und vor allem mit kalten Händen in der Winterzeit. Ja, ist Ihnen auch in den letzten Tagen und Wochen schon mal das Scheibchen zugefroren am Auto? Fürchterlich, oder? Das zu kratzen, die Finger sind eisig kalt, man setzt sich ins Auto, kriegt es gar nicht so schnell warm, wie man es gerne hätte und ärgert sich einfach darüber, dass man keine Scheibenschutzfolie hat. Die haben wir jetzt für Sie und nicht nur irgendeine, die da rumflattert, die Sie bei Ihren Nachbarn sehen, die irgendwie gefühlt halb auf dem Auto liegt, aber nur halb auf der Windschutzscheibe. Nein, wir zeigen Ihnen Varianten, die wirklich passen, die wirklich sitzen und die wirklich die Fingerchen vor der Kälte bewahren. Andreas, ich würde sagen, wir legen los. Wir legen ganz einfach los. Scheibengratzen will keiner. Das ist das Motto. Deshalb braucht man wirklich auch so eine Scheibenabdichtung, Abdichtung, Abdeckung. Und der freie Sicht nach vorne, liebe Zuschauer, ist natürlich auch ganz wichtig. Deshalb haben wir auch noch hier in der Sendung eine elektrische Zusatzheizung. Jetzt aber hier zuerst zu unserer Scheibenabdeckung. Die kommt in dieser kleinen Aufbewahrungstasche. Also finde ich auch schon mal ganz praktisch. Das heißt, wenn man sie nicht braucht, dann kommt die einfach wieder hier in die Tasche rein. Ich ziehe sie jetzt gleich mal raus und die ist wirklich ganz besonders. Sie werden es gleich sehen. Wir werden sie natürlich auch erklären. Wir bringen die jetzt mal zusammen am Auto an. Gerne. Und dann sehen unsere Zuschauer auch, dass die riesengroß ist und wirklich auch das ganze Auto, die ganze Frontscheibe hier im vorderen Bereich abdeckt. So, wir haben hier ein spezielles Polyestermaterial, liebe Zuschauer. So, legt sich dran. Ist natürlich dann auch extrem wetterfest. Guck mal. Und jetzt können wir eins machen, du. Wir können jetzt hier nach unten ziehen und zwar bis zur Haube. Weil die ist ganz besonders. Schau mal. Wir haben hier, liebe Zuschauer, so kleine Magnete. Das ist genial. Das heißt, erstens, die helfen hier, wenn wir die Scheibenabdeckung alleine anbringen, dann flattert das Ganze nicht vom Fahrzeug weg. Und die halten die Scheibenabdeckung dank Magneten hier. Die sind so eingenäht, eingearbeitet, direkt hier am Blech. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt geht die hier von ganz unten, Wahnsinn, über die Scheibenwischer bis ganz hoch zum Dach. Und auch hier oben am Dach haben wir wieder diese Magnete, die alles an Ort und Stelle halten. Schauen Sie mal, wie glatt die hier auf der Scheibe anliegt. Das ist Premiumqualität. Das ist Wahnsinn. Und, liebe Zuschauer, wir haben an der Seite noch so kleine Ohren mit Gewichten drin. Das heißt, wenn wir die Scheibe jetzt hier aufmachen und hier dann einmal die A-Säule reinziehen, dann hält die A-Säule hier unsere Öhrchen drin. Die sitzt bombenfest. Also da kommt kein Wind drunter. Und das ist genau der Punkt, dass Sie hier eben eine Scheibenschutzfolie haben, die einfach auch die Scheibe hier vom Eis frei hält. Und natürlich auch dafür sorgt, dass die nicht wegflattet. Denn ich sehe es immer wieder in der Nachbarschaft, wenn man da diese Einfachen drüber legt. Die stehen dann ab und sind krumm und schief. Also da ist ja gar nichts mehr geschützt. Ja, und vor allem, wenn man so eine Abdeckung anbringt, liebe Zuschauer, vielleicht hatten Sie schon mal eine. Und es gibt diese Standardabdeckungen, die rollen sich auch immer so zusammen. Die sind echt ganz schlecht schon in der Anbringung, weil man kriegt die immer nie hier um die A-Säule rum. Die flattern dann wieder raus. Hier ganz intelligent gelöst. Wir haben, ich nehme es nochmal raus, wir haben hier Gewichte drin. Das heißt, die hängen, diese Öhrchen hängen schon automatisch runter. Ich tue mir viel, viel leichter, die anzubringen. Und die liegt dann eben auch komplett hier an der A-Säule an, so wie es sein soll. Also das ist wirklich absolut genial. Das ist wirklich absolut genial, genauso wie der Preis 9,45 Euro zu bestellen mit der NC 5199, der 569. Ich habe genau die damals, das war letztes Jahr, einmal für mich gekauft. Bin zu meiner Mama gefahren, hat sie gesagt, will ich haben. Und dann musste ich die ohne Witz jetzt neunmal nachordern, weil alle ihre Bekannten gesagt haben, ich will die auch haben. Und genauso schnell, wie sie angebracht ist, ist sie natürlich auch wieder verstaut und zusammengelegt. Das ist kinderleicht und vor allem ist das Schöne, diese Scheibenschutzfolie können Sie auch alleine spielend leicht an Ihrem Fahrzeug befestigen. Hier sehen Sie nochmal die einzelnen geschonten Magnetelemente, die jetzt dafür sorgen, dass die Scheibenschutzfolie natürlich auch hier hervorragend auf Ihrer Karosserie anlegt. Die Öhrchen, die natürlich auch hier nochmal dafür sorgen, dass kein Verrutschen mehr möglich ist. Also NC 5199, die 569, jetzt gleich bestellen. Wir haben noch eine weitere Variante, das Premium-Modell wird sehr gern bestellt. Jawohl. Und unsere Scheibe ist wieder abdeckungsfrei. Wir haben noch die zweite dabei. Die kommt auch in der Tasche. Man sieht jetzt schon, die ist etwas größer. Warum? Weil die noch viel mehr vom Auto abdeckt. Und speziell das hier ist wirklich eine geniale Angelegenheit, liebe Zuschauer. Die ist nämlich wirklich riesengroß. Ich hole sie mal hier aus unserer kleinen Tasche raus. Längen wir mal beiseite. Und auch die bringen wir am besten gleich an. So können Sie sich ein Bild davon machen, dass die wirklich richtig, das ist deine Seite. Danke schön. Dass die wirklich richtig groß ist. Und auch die ziehen wir ganz einfach von der Haube hier am Dach hoch. Und jetzt haben wir hier die Besonderheit. Erstens, die ist richtig groß. Wir können die über die Scheibenwischer unten wieder drüber ziehen, sodass die Scheibenwischer auch geschützt sind und nicht festfrieren. Die Außenspiegel sind mit inbegriffen. Und alles geht hier sogar bis zu den Seitenscheiben. Also auch hier die Seitenscheiben und die Außenspiegel eisfrei. Das ist Wahnsinn. Sehr, sehr gerne bestellt. Kommt in wenigen Tagen. Sie dürfen natürlich auch gerne an dieser Stelle sonst bei dem anderen Modell zugreifen. Aber die ist natürlich unsere Empfehlung. 12,30 Euro hier ihr Spitzenpreis. Sie bestellen immer die NX 9551, die 569. Gerne auch zwei oder dreimal in den Warenkorb legen. Noch wo sie da sind, machen viele unserer Damen und Herren. Ist auch ein schönes Geschenk mal für den netten Nachbarn, der auch mal so flucht, wenn er morgens die Scheibe kratzen muss. Oder natürlich auch für ihr Zweitfahrzeug. Kinder, Enkelchen, Bekannte und Co. Sie sehen, wir haben uns darum gekümmert, dass die Scheibe eisfrei ist. Jetzt kann nur noch passieren, lieber Andreas, dass man innen diese Feuchtigkeit an der Scheibe geblieben hat. Ja, ich gebe dir das mal rüber. Und für das, liebe Zuschauer, haben wir unsere elektrische Zusatzheizung. Ich hatte es ja ganz kurz schon angekündigt. Ich hole die mal ganz kurz raus. Dann schauen wir uns die an. Und den Stecker brauche ich auch noch. Ganz genau. Und zwar folgendes. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Und das ist ein Riesenärgernis, wenn man morgens oder auch den Tag über ins Auto steigt. Und die Feuchtigkeit, die ja jetzt zu der aktuellen Jahreszeit draußen herrscht, die sorgt einfach dafür, dass die Scheiben innen immer beschlagen sind. Man sieht also wirklich schlecht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man geht da mit dem Lappen drüber, verschmiert alles, macht es noch schlimmer. Naja, oder man macht so ein kleines Guckloch und fährt dann weiter. Dritte Variante, und die schlagen wir vor. Sie holen sich Ihre kleine Zusatzheizung hier, verbinden die mit dem Bordnetz vom Fahrzeug. Das ist der Zigarettenanzünder, beziehungsweise hier die 12-Volt-Steckdose. Ich gebe den Stecker jetzt mal unserer Vivi rein. Die kann dann die Zusatzheizung gleich mit dem Zigarettenanzünder verbinden. Wir sehen es, automatisch eingeschaltet. Und jetzt passiert Folgendes. Hier oben ist ein kleiner Ventilator. Der sorgt dafür, dass Luft angesaugt wird und hier warme Luft ausgegeben wird. Und dieser komplette Belag an den Scheiben, dieses Beschlagene, das wird jetzt runtergeholt. Das ist wirklich absolut genial. Das geht sehr schnell. Oftmals ist es ja so, dass die Heizung vom Fahrzeug selber gar nicht hinterherkommt, weil der Motor erstmal aufgewärmt werden muss. Das heißt, hier haben Sie eine Zusatzheizung, die für schnelle, freie Sicht sorgt, für viel Sicherheit beim Autofahren. Und an der Seite hier haben wir sogar noch so einen kleinen Zusatzgriff. Den kann ich rausnehmen. Und jetzt kann ich hier, wie bei so einem Haartrockner, auch noch die Seitenscheiben beschlagfrei machen. Ist das herrlich. Und das zu einem Spitzenpreis von 15,15 Euro für Sie zu bestellen mit der NX 93 97, der 569. Andreas, dann geht das alles ja gerade jetzt in Kombination vor allem mit einer Scheibenschutzfolie Rucki-Zucki morgen. Richtig, Rucki-Zucki. Das ist die richtige Sicherheit beim Fahren. Man macht sich die Hände nicht arg schmutzig beim Eiskratzen. Da haben wir die Scheibenabdeckung außen dafür und für innen. Damit dieses Beschlagene wegkommt, dass man auch von innen freie Sicht hat. Da brauchen wir hier unsere elektrische Zusatzheizung. Und die jetzt eben auch zum sensationellen TV-Sonderpreis. Übrigens, die ist extrem beliebt bei uns, weil sie einfach eine ganz sinnvolle Investition ist. Und gerade für jemanden, der jetzt keine Garage hat, das Auto im Carport steht oder eben auch draußen als Laternenparker. Ich gehe da übrigens auch dazu. Da ist das wirklich hier ganz sinnvoll. Weil da hat man normalerweise viel Feuchtigkeit im Auto. Und wenn mehrere Menschen im Auto sitzen, dann wird die Feuchtigkeit durch die Atemluft. Wir atmen ja aus und atmen dann weiter Feuchtigkeit ins Fahrzeug. Dann wird das ganze Problem noch verschärft. Nicht aber mit unserer elektrischen Zusatzheizung. Greifen Sie deshalb zu für 15,15 Euro. Hier mit der Bestellnummer NX 93 97 der 569. Gleich in die Leitung gehen und bestellen. Wie gesagt, gönnen Sie sich selbst jetzt mal hier Ihre elektrische Kfz-Zusatzheizung. Denken Sie vor allem auch an die Anti-Eisscheibenfolien, die wir Ihnen gezeigt haben. Die Sie natürlich auch gerne mal verschenken können, wenn Sie das möchten. Also ich glaube, wir haben Ihnen zahlreiche Tipps und Helfer hiermit an den Weg geben können, damit Sie eisfrei und vor allem auch nervengeschont durch die Winterzeit kommen. Und deshalb sind Sie jetzt an der Reihe. Fahren Sie gut und sicher. Schauen Sie, dass Ihr Auto abgedeckt ist. Schauen Sie vor allem auch, dass Sie natürlich den Beschlag von innen hier mit der Zusatzheizung gelöst bekommen. Und vor allem, dass Sie auch morgens nicht mehr kratzen müssen. Denn das ist einfach nur unfassbar kalt und ärgerlich, wenn wir dort stehen und erstmal in der Kälte kratzen müssen. Der Winter hat begonnen. Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen. Die Bestseller, die Sie heute hier bestellen dürfen, nur in puncto Auto und Motorrad. Und in diesem Sinne gute und vor allem sichere Fahrt.